Ich darf Ihnen vorstellen, Francine Desmond, meine Assistentin. Das war bereits eine wichtige Erfahrung für jeden Einzelnen von Ihnen. Um in dieser Branche zu überleben, muss man ständig auf das Unerwartete gefasst sein. Bei einem wirklichen Anschlag, Mrs. King, wären Sie jetzt schon tot. Ja, da sieht man's wieder. Man lernt doch einfach nie aus. Ja, da sieht man's wieder. Na bitte. Sie waren es also, genau wie ich immer dachte. Peggy! Immer noch die alte Masche? Es ist zu spät für die Hausfrauen. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Lassen Sie's gut sein, Mrs. King. Ihr kleines Spielchen ist vorbei. Wir sollten uns vielleicht einander vorstellen. Ich bin Tina Pavlovich. Wissen Sie, was Sie verraten hat? Ihre Bewerbungsunterlagen. Das war doch ein Versehen. Eine Hausfrau, so was kann sich nur ein Geheimdienst aussehen. Hören Sie, Sie haben mich einfach mit jemandem verwechselt. Ich glaube kaum, Mrs. King. Goodbye, Mrs. King. Das war wirklich gut. Ich hab mich schon nach unserer ersten Begegnung auf einen echten Kampf mit Ihnen gefreut. Schon erledigt. Schon erledigt. Sie hat wohl einfach nur vergessen, auf das Unerwartete gefasst zu sein. Das war wirklich gut.